Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und was finden wir hier für Kostmutter und ich wollte schon noch etwas anhand erwähnt haben. Und zwar davor die Videos, da habe ich ja auch eine Zählung, ich habe die Konkurrenze, könnte ich ja mal abzettet, da habe ich dann letztes Jahr gesagt, allerdings habe ich herausgestellt, dass es irgendwie langweilig ist, wenn ich jetzt einfach gleich schon mit Simeon anfange, mit Simeon oder so, oder so, oder so, oder so, werden wir ein neues Let's Play anfangen. Und dann gehen wir mal auf. Und wenn ihr das auch feiert oder verruftet, kann ich nicht von mir auch. Und dann gehen wir mal auf. Ich bin ein Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ja, ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.